Hallo ihr Lieben. Jetzt sitzen wir hier mit der Annika. Hinten sitzt da Görkan. Görkan kann auch mal winken. Görkan hospitiert. Jetzt sind wir das erste Mal mit der Annika. Ihr seht schon, die ist schon ganz aufgeregt. Das freut sich. Das erste Mal in der Wattstraße drin. Das waren jetzt erstmal die Bürsten. Jetzt kriegen wir hier irgendwie so ein Glitzerzeug drauf. Glitzerzeug. Unterbodenpflege. Das haben wir nicht. Wir haben eine ganz normale Wäsche. Ich finde das Wort aber witzig. Und jetzt werden wir praktisch trocken geblasen. Geil. Guck mal wie das weg geht. Voll krass. Das ist hier vorne die Düse. Und jetzt wird der Wagen nochmal richtig schön trocken gepeitscht. Hundertprozentig trocken kriegst du es nie. Aber es ist ja warm draußen also. Ja. Der ist schön. Gott, das hört sich an die Haare. Das ist so folgendes. Wir fahren jetzt hier weiter. Da vorne sehen wir den Kasten. Bei grün vor sich anfahren. Jetzt gucken wir also mal. Und wenn es grün ist, ganz normal. Kupplung drücken. Ersten Gang. Dann fahren wir vor sich noch nicht. Als Kind habe ich es geliebt in der Wattstraße. Ich finde das auch toll. Wenn es grün wird. Jetzt Kupplung. Und Kupplung. Ersten Gang rein. Jetzt kannst du langsam fließen. Jetzt fahren wir noch ein Stück rum. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Bremse noch funktioniert. Jetzt fährst du hier ein bisschen. Jetzt drückst du mal die Kupplung. Und jetzt wird noch die Bremse. Alles klar. Gut. Das war's. Unser Tag in der Wattstraße. Wir machen weiter. Und ihr Liken zeigen und so weiter. Tschüssi. Björkern sag auch nochmal tschüss. Sehr gut. Tschüss. Tschüssi. 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 Vielen Dank.